Hallo Leute, und wir machen heute unser erstes Video, ein Vorstellungsvideo, und ich heiße Noel, und ich heiße Annalena, genau, und wir wohnen in Österreich, beherrschen aber beide relativ gut Hochdeutsch, weil ich komme aus Deutschland, und ihr hab ich's ein bisschen beigebracht, als ob ich das nicht vorher kannte. Kannte, ja, auf jeden Fall, und auf jeden Fall gehen wir ins Bundesrepublik, und wir haben ein bisschen Reiten, weil ich hab zwei eigene Pferde, und ich hab zwei Katzen zu Hause, und zwei Hamster, und ich habe einen Hamster und einen Chili. Wow, ich kann euch da gerne mal ein Vorstellungsvideo machen von den beiden, aber bei meinem Hund ist es gerade nicht passend, denn der ist krank, und mein Hamster ist noch nicht wach, und ich wecke meinen Hamster sehr ungern, weil, mach ich einfach nicht gerne, und, ja. Also denkt euch nicht, warum sie hier so wackeln, wir müssen jetzt nämlich mit dem Handy filmen, weil wir noch eine Kamera haben, und einen Selfie-Stick, den hatten wir jetzt auch nicht, dass man uns alle ganz gut sieht, aber, wenn es mit Abos klappt, dann kaufen wir uns eine Kamera. Ja, also das ist jetzt nur unser erstes Video, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich diese Kamera hier so unscharf hebe, und alles. Und, ähm, ja, ich schwör's euch, dass es beim nächsten Mal nicht so ist, und wir haben auch gar kein Tageslicht. Wir sehen gerade voll scheiße aus, weil wir haben jetzt... Leider, und, ja, stimmt, ja. Ja. Haßeschule. Ja, ist so wie Schule für uns, wenn wir Hausaufgaben machen müssen, wir haben jetzt so... Ja, das ist für uns jetzt so... So, so zwei Stunden an nur... Über zwei. An nur so zwei leichtesten Matheaufgaben gesessen, wir waren einfach mal zu faul. Ja, weil, wir machen ja irgendeinen Scheiß an, also wir sind beide Lochinators, die größten der Welt, und wir haben auch Lochikappen. Aber, die haben wir erst bestellt. Ja, meine kommt erst nächste, oder übernächste Woche. Und solltet ihr euch mal bitte im Stall mitnehmen, dann lasst mir doch einen Daumen hoch, also uns. Und guckt auf, äh, äh, checkt... Auf jeden Fall, checkt den Kanal, Loch, die Lochis. Und Schöner Strehle von meiner, von unserer Schuhkollegin. Ja, könnt ihr machen, Schöner Strehle, aber sie sagt selber, da sind ein paar peinliche Videos drauf. So wie dieses hier. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir auch die Lichtverhältnisse, weil noch haben wir nicht so Boxen. Weil wir uns gedacht, wir kaufen uns erst ab 50 Abonnenten irgendwas Gutes. Ähm, weil sonst würde es sich ja nicht lohnen, wenn dann keiner den Kanal abcheckt und so. Also, ja, und deshalb, ja, da denken wir uns mal für den Anfang, ist das nicht so schlimm. Willst du noch irgendwas sagen? Äh? Sie sprachlos, vor einer Kamera zu sein. Ich bin heute sprachlos. Und wie wir auf den Namen gekommen sind, also, wie gesagt, ich, Noelle, sie, Anna, nicht noch ganz alt. Wir wollten eigentlich Beauty Creams, aber das ging nicht. Mhm, weil der, der hat da überall so Rufezeichen. Also, wann kommen denn unsere Videos immer online? Ich würde mal sagen, zweimal die Woche, hm? Ja, aber Samstag und Sonntag ist für mich schlecht, weil da bin ich meistens im Stall. Ich würde sagen, vielleicht, oh nee, Montag hasse ich. Ich hasse Montag. Ich hasse Montag. Nee, Donnerstag ging für mich wieder nicht. Mittwochs? Ja, machen wir Montag und Mittwoch. Montag und Mittwoch ist gut. Das, das. Die MN-Teile. Also, manchmal geht es halt nicht, dass wir beide sind, weil, wie gesagt, wir gehen Schule und Schule geht vor. Leider geht die vor. Aber, und auch. Und wir wohnen nicht im gleichen Dorf. Nein, wir wohnen nur ein Ort. Also, nur ungefähr fünf Minuten mit dem Auto weg. Genau. Aber eigentlich, ja, wir kommen jetzt auch nicht jeden Tag zusammen, dass man ein Video machen kann. Deswegen kann es sein, dass nur einer dabei ist. Ja, und ich hoffe mal, ihr lasst ihn da auch noch um. Und dann auch da. Ja, und lasst auch mal Kritiken da, weil damit können wir beide relativ gut klar. Und schreibt mal rein, denn wir, wenn, ich weiß, ich gehe immer zu weit vor, aber ich bin halt eben so. Also, wenn ihr wollt, dass wir Parodien machen, dann schreibt mal in den Kommentaren hier unten. Und einzelne Arten. Also, wir haben so geplant. Nein, dass wir Parodien müssen. Ich bin nicht so gut in Deutschland, also bitte. Also, sie, in Deutschland arbeiten nicht so gut. Und auf jeden Fall haben wir uns einfach mal so gedacht, dass wir auch, also nicht nur speziell auf etwas, sondern dass wir auch Beauty-Videos, Lifestyle und alles, Stall, Tiere, Vlogs, genau so, ein Blog oder so. Challenge auf jeden Fall. Zehn Arten-Videos. Das wir einfach von jedem ein bisschen machen. Und wir müssen mal gucken, wenn wir mal in Deutschland sind, bei ihrem Vater. In der Vita. Ja, da gucken wir mal, dass wir irgendwo hinkommen, wenn wir mehr Abos haben, wenn wir überhaupt seine kriegen, dass man mal mit so ganz berühmten YouTubern. Zum Beispiel die Lochchen, weil wir wissen, zuvielig, wo die wohnen. Das sagen wir nicht. Nein, das bleibt unter uns. Denn, ja, sowas sagen wir einfach nicht. Und ihr braucht uns da auch gar nicht anstreben, dass wir euch sagen, wo die wohnen. Weil das bleibt sowieso. Wir sagen auch nicht, woher wir es wissen. Wir sagen, ja, mein Vater sagte mir, er weiß es, weil er hat eine eigene Firma und er weiß es. Hat er schon mal was gemacht? Ja, da hat er schon was gemacht. Und wir wissen eben, wo die wohnen, aber wir sagen es auf gar keinen Fall weiter. Weil die brauchen genauso eine Privatsphäre. Das macht man eben, ja. Und wir sagen genauso nicht, wo die wohnen. Wir nützen das auch nicht. Nein, wir nützen das nicht aus. Also, weil wir es eben wissen, wo die wohnen. Sondern das bleibt halt einfach unter uns. Also, wir kommen wieder total aus dem Thema. Ja, genau. Wir kommen immer aus dem Thema. Also, denkt euch nicht, das ist ganz normal auch so. Also, wenn wir mal jetzt zum Beispiel Mathe haben, dann schreiben wir mal einfach... Immer reden wir, immer. Dann schreiben wir einfach mal auf, was auf der Tafel steht. Was auf der Tafel steht. Und dann sind wir wieder beim anderen Thema. Ja, bei jedem Fach, außer bei Englisch. Außer bei Englisch. Ja, da ist die Schlimme gefährlich, sehr gefährlich. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst bitte mal ein Abo da. Es ist kostenlos. Und einen Daumen nach oben ist auch kostenlos. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr unsere Videos findet. Also, es ist das erste Video. Sie hat ja Handy, was? Das ist das erste Video hier von uns. Deswegen denkt euch nicht, warum wir ein bisschen... Das ist langweilig. Wir machen das eigentlich nur als langweilig. Und tschüss!